So ist das hier, da tue ich eben die kleinen Eisendingerchen da weg. Da läuft mir schon einer mit dem Riefumschlag weg, der kleine Kalimann. Ne, kleinen Kalimann? Ja, ihr habt nur Scheiße im Kopf, ne? Nur Scheiße, nur Scheiße, ne? Ja, euch kann man nicht mal eben ein paar Sekunden alleine lassen, ne? Ja, das geht nicht. Macht nur Unsinn. Ja, das räumen wir jetzt schon mal schön. Komm weg, ne? Ja, Tagi, 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 Tagi. Ja, ihr kriegt jetzt auch Frühstück. Ich komme ja gleich rein, ich kümmere mich, ne? So, nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön. Danke, liebe Conny. Ja, 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 ne? Ist gut, Bruni. Ne, wo seid ihr denn? Hm?